Wagwan Fight Fans, ich bin's Wilja, Julian Pennant und ich gehe heute ganz kurz mit euch Octagon durch, was gestern in Stuttgart stattgefunden hat und es war auf jeden Fall eine Bombenveranstaltung. Ich glaube es waren am Ende irgendwie 15.000, 20.000 Zuschauer, ich habe das gerade nicht so ganz im Kopf, aber gehen wir mal ein paar von den deutschen Fights durch. Als erstes hatten wir Delgaschek gegen Serbesis, das war ein Fight, auf den viele von uns gewartet hatten. Viele sind Fans von Nico Serbesis, The Spider quasi, der hat auch im Octagon so schräg über Kopf an dem Käfig schon gehangen, wo ich mir dann auch schon dachte so, okay, er versucht auf jeden Fall seinem Namen alle Treue zu machen. Delgaschek sehr respektvoll von Anfang bis zum Ende, beide natürlich und der Kampf ging relativ actionreich los, beide haben wirklich mit vollen Geschützen aufeinander losgegangen und dann ist es soweit gekommen, dass Serbesis eine Overhand in der Nahdistanz geschlagen hat. Delgaschek hat die abgeblockt bzw. hat halt den Vorarm auf seinen Hals bekommen und hat dann mit einem Check-Hook, mit einem linken Hook Serbesis ausgekontert und hat ihn direkt schlafend auf die Matte geschickt. Delgaschek ist dann nochmal mit einem Schlag hinterher, der Referee war sofort zur Stelle, sodass niemand zu Schaden angekommen ist und ja, das war ein 53 Sekunden K.O. Sieg von Delgaschek. Ich glaube, das ist jetzt insgesamt der dritte oder vierte Kampf, den er innerhalb von 50 Sekunden beendet. Ich bin gespannt, was auf den Mann noch so wartet, gerade aber auch bei Octagon, gerade im Federgewicht ist ja die Competition mehr als hoch und ja man, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr beeindruckender Fight. Als nächstes hatten wir Topperlei gegen Risavi. Risavi ist natürlich so ein altes Urgestein von Octagon und auch hat eine große Bagage an tschechischen Fans mitgebracht. Topperlei hat aber die Halle gefüllt bis zum Gehtnichtmehr. Also er hat Support bis zum Gehtnichtmehr gehabt, die Halle hat wirklich nur nach seinem Namen geschrien und er ist auch wirklich mit so einer Energie da reingekommen, dass ich natürlich auch schon selber halt auch als Freund und Fan von Topperlei mir sagen musste, so okay, das wird jetzt bestimmt ein bisschen härterer Fight, als die Fights, die er vorher hatte. Selbst da hat er mich wieder überrascht und hat einfach kurzen Prozess gemacht, ist wirklich schnell nach vorne gekommen, hat Risavi mit einem Carve Kick Off Balance gebracht und ist dann nach vorne gegangen und hat einfach nicht mehr aufgehört, bis er irgendwann aus der Schlagdistanz quasi hat Risavi, war halt an den Käfig gepresst, einmal geslippt, linken Haken ins Gesicht getroffen, direkt pennen gegangen, ein voller Abschlag war noch dazwischen und dann kam der Referee auch schon dazu. Die hatten halt ein paar Sekunden vorher auf den Arzt gewartet, deswegen gut, dass er noch gekommen ist. Erstrunden Finish, wie gewohnt von Arjan Topperlei, der jetzt 8-0 steht und sich einfach in Windeseile gerade die Featherweight-Rankings hocharbeitet, gegen wen würdet ihr ihn als nächstes kämpfen sehen wollen? Also ich habe auf jeden Fall Bock auf den nächsten Fight von Arjan. Als nächstes hatten wir Niklas Stolzfuß gegen Kertisch. Ganz ehrlich, Niklas Stolzfuß hat ebenfalls eine riesen Bagage an Fans mitgebracht in die Halle und wir alle wissen, dass er ein Klinischer ist und ein sehr guter Striker ist. Demnach war es für mich natürlich jetzt nicht sonderlich verwunderlich, dass Kertisch den Plan hatte, den Kampf sofort auf den Boden zu verlagern und hat relativ schnell, nachdem er gemerkt hat, dass er am Stand nicht so sonderlich viel Sonne gesehen hat, versucht, den Kampf auf den Boden zu verlagern. In der ersten Runde hat Stolze definitiv noch viele Scrambles reinbekommen, hat in der ersten Runde sogar zwei Submission-Ansätze machen können, die er definitiv auch fast hier durchbringen können. Es war ein Mann Kimura und einmal ein Armbar gewesen. Kertisch war aber sehr widerstandsfähig, sodass halt aus diesen Submissions nichts wurde. Beide sind im Stand wieder gelandet, wo Stolz wieder seine Qualitäten zeigen konnte, aber Kertisch wollte immer wieder mit ihm auf den Boden und hat mit ihm geklincht und gerungen, wo man auch sagen muss, dass Stolz hat auf jeden Fall ordentlich Kraft bewiesen, sodass ich halt dann drauf gespannt war, wie es in der zweiten Runde weitergehen wird, weil er wusste, auf was Kertisch aus war. Leider hat er in der zweiten Runde dann einen kleinen Fehler gemacht und hat sich dem Rücken zugedreht in einem Scramble auch wieder mit Kertisch und Kertisch hat wirklich keine großen Faxen gemacht, ist direkt an den Hals gesprungen und hat, ohne die Hooks drin zu haben, direkt einen Real Naked Choke zugezogen. Sowas sehen wir auch nicht alle Tage. Normalerweise sagt man ja immer so, okay, so einen Choke bekommst du nur, wenn der Hook drin ist, weil man sich sonst rausdrehen kann, aber wenn der wirklich lockt in und fest zu ist, dann kommt der Tab da einfach. Niklas hat den Tab akzeptiert, die Niederlage auch, er ist sehr fair und sportlich aus dem Kampf rausgegangen, wie er reingegangen ist. Ich denke, das war nicht das letzte Mal, dass wir ihn gesehen haben und bin definitiv gespannt, den Mann nochmal bei Octagon zu sehen. Als nächstes hatten wir, darüber kann ich jetzt nur ganz kurz noch was erzählen, Popek gegen Kimball. Kimball hat, glaube ich, zum dritten oder zum vierten Mal in seiner Karriere das Gewicht nicht gepackt und hatte drei Kilo zu viel. Jetzt mal im Ernst, wir sind im Light Heavyweight, wie kann dir sowas passieren? Dreimal, viermal hintereinander. Er hat dafür auf jeden Fall eine ordentliche Klatsche von den Fans bekommen, aber die richtige Klatsche hat er dann von Popek bekommen. Erste Runde ging relativ schnell, Boom, auf dem Boden, Popek wieder in bester Manier, auf dem Rücken geklebt von Kimball und hat ihn mit einem bösen Ground'n'Pound gefinished. Von daher, ja, die drei Kilo mehr waren am Ende dann doch kein Vorteil für ihn. Und ja, gegen wen wollt ihr Popek als nächstes sehen? Weil das ist nämlich sehr spannend, finde ich. Es gibt, gerade im Light Heavyweight gibt es sehr, sehr viele, auch in Deutschland, Athleten, die ich sehr gut finde persönlich. Und meiner Meinung nach würde ich sehr gerne jetzt sehen, Popek gegen Ducis. Diskutiert gerne mit mir in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Ich finde, das wäre auf jeden Fall the fight to make, bevor es jetzt wieder um den Titelkampf geht. Das wäre ein Kampf auf jeden Fall, auf den ich Bock hätte und ich denke, das wäre auch ein Kampf, auf den Ducis und Popek auch Bock hätten und vor allem ein Kampf, wo die Fans definitiv alles bekommen, für das sie bezahlt haben. Zu guter Letzt das Main Event des Abends, Pukac gegen Jungwirth. Eine Sache vorweg, Jungwirth hat am Ende des Kampfes gesagt, dass er erst einen Tag vorher oder beziehungsweise eine Stunde vor der Waage erfahren hat, dass es ein Fünf-Runden-Kampf wird. Dementsprechend finde ich erst recht beeindruckend, dass der Kampf über volle Fünf-Runden ging und der Typ danach nicht mal richtig geschnauft hat. Also der konnte danach noch ein Interview geben und als wenn er gerade kurz mal fünf Minuten joggen war. Konditionell ist dem Mann auf jeden Fall nichts vorzumachen. In alter Jungwirth-Manier ist er natürlich konstant immer nach vorne gegangen, ist nicht ein einziges Mal halt einen Schritt zurück gemacht, hat aber diesmal viel auch Ringen und viel Clinch mit reingebracht, wo er auch am Ende des Kampfes gesagt hat, dass das halt die Änderung des Gameplans war, weil sie fünf Runden gegen mussten und er halt gesagt hat, okay, vielleicht würde der Gameplan, den er vorher hatte, nicht für fünf Runden reichen, sondern nur für drei. Also haben sie das Ringen und das Grappling, also das Rinder hat das Grappling halt mit reingebracht. Pukac war aber ganz gut im Verteidigen von den Takedowns, konnte aber gegen den Druck von Jungwirth nicht wirklich was machen, sodass halt Jungwirth, ich meine, er war zu Hause, er hat den Heimvorteil gehabt und den hat er von vollem Glanze ausgenutzt und hat seinen Gegner im Endeffekt eigentlich nur tot marschiert, fünfmal fünf Minuten, sodass am Ende jeder Punktrichter der einstimmigen Entscheidung war, 50 zu 45 für Christian zu entscheiden. Christian hat es gesagt, dass er im Oktober wieder bei Oktagon kämpfen möchte und hat mehr oder weniger Christian daraus gefordert, wo wir aber wissen, dass der ja schon gegen Brosch kämpft. Wir sehen uns, denke ich mal, spätestens am 12. Oktober, wenn es heißt, Stuttgart gegen Frankfurt, in Frankfurt. Auf geht's! Christian, wo bist du? Freu mich schon, freu mich schon. Dennoch wissen wir auch alle, dass dieser Kampf ursprünglich hätte zustande kommen sollen, wäre ihm nicht der Arm gebrochen oder dislocated worden. Deswegen, für mich wäre es interessant, was sagt ihr, wie geht's für Christian weiter? Gegen wen soll er als nächstes kämpfen? Gegen wen wollt ihr ihn in Frankfurt sehen? Und wie hat euch generell das ganze Event gefallen? Das war's wieder von mir. Denkt dran, nächstes Wochenende ist NFC in Frankfurt. Die Tickets sind mehr oder weniger ausverkauft. Ich denke, wenn ihr auf Instagram mal unter den Kommentaren nochmal durchhascht, dann könnt ihr hier und da nochmal ein paar Tickets abgreifen von Leuten, die ihre Tickets loswerden wollen, aufgrund von Krankheit oder was auch immer. Max Koga gegen Pantalei Taran. Definitiv ein krasser Fight im Leichtgewicht. Max Koga möchte sich zum Doppelchampion küren in seiner Heimatstadt, mit der Frankfurter Mauer. Es wird unglaublich. Die Halle ist schon ausverkauft, wie ich schon gerade eben gesagt habe. Für einen Online-Pass könnt ihr aber immer noch den Code erwerben. Macht das auf jeden Fall, weil das wird auf jeden Fall in die Geschichtsbücher des deutschen MMAs eingehen. Ich bin jetzt gerade zum Beispiel in Phuket. Ich habe vor ein paar Tagen habe ich Pantalei Taran hier getroffen. Der hat sich in Thailand vorbereitet. Der sieht auf jeden Fall sehr, 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 sehr fit aus. Und ich weiß, was die meisten von euch jetzt sagen werden. Egal wie fit der ist, gegen Max kann er nichts machen. Aber es soll ein spannender und guter Kampf werden. Und ich glaube, Pantalei Taran wird diesen Kampf bringen. Und Max und er werden einen brutalen Fight abliefern. Mein Name ist Julian Pennant. By the way, wenn ihr verfolgen wollt, was ich so mache, ich mache auch einen Podcast auf meinem Kanal. Der ist unten in den Kommentaren verlinkt. Da mache ich Podcasts über mentale Gesundheit mit vielen Kampfsportlern und ganz vielen anderen interessanten Leuten. Ich würde mich auf jeden Fall über ein Like oder ein Follow freuen. Ansonsten wünsche ich euch allen einen wunderschönen Sonntag und einen guten Start in nächste Woche. Bis zum nächsten Mal.